Drei, vier, fünf... Alles ist an der Weg. Habt es durch die erste Cora geschafft. Das ist sehr gut. Ich hab hier Applaus wert, der Stefan, der Jörg, Schmiedplatz, Kai, David und Rico. Rico gestern Abend beim Nachtbot der Andréa Silvin Schadenkorte. Kann ich nur noch mal mitweisen. Für die Zukunft gehen wir vorsichtig. nicht mit dem Arm als ewiges Wachsen, sondern hauen auf deinen Bereich hier und gucken, was da passiert. Wir sind einverhalten, jetzt haben wir Nico noch einiges zu erwarten hier. Ich sage mal, für Showcords-Verhältnisse, man steht die Gefahrweise, das ist wirklich gut auch. Ich gehe mit dem Hörer auf keinen, alles sauber unterwegs. Kommt ihr noch mal los mit, mit ihm hochfliegen. Guck mal, ich habe ihn ja nicht Lust erwischt. Ich komme gleich mit dem Hörer auf jeden Fall auf jeden Fall. Die Hörer auf jeden Fall auf jeden Fall. Und weiter in der owenem Knochen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.